ja hallo zusammen willkommen zu einem kleinen video zwischendurch mal einfach so kein let's play projekt sondern einfach nur mal ein bisschen quatschen und zwar viele von euch also der eine oder andere wird es vielleicht gemerkt haben wenn er meinen kanal beobachtet wir sind tatsächlich kurz vor dem 500 abonnenten meine güte das ist wirklich wirklich richtig krass ich weiß zwar nicht ob ich das so verdient habe aber gut jetzt ist es nun soweit und der meint stein ist fast erreicht und quasi als vorbereitung für das 500 abonnenten special was ich da geplant habe ist jetzt hier dieses kurze video und zwar bei dem 500 abonnenten special wird es darum gehen dass er hat dass die chance für euch ist mich mal ein bisschen näher und privater kennen zu lernen tatsächlich denn als wir von der abonnenten special erkläre ich mich bereit alle eure fragen zu beantworten das heißt wenn wir irgendwas wenn ihr fragen habt so was ich privat so mache wo ich wohne zum beispiel oder ja was auch immer lasst es mich hören ich möchte ich werde auf eure fragen eingehen und ja wie gesagt dass das dass wir und dass wir in der community halt ein bisschen familiärer auch mit uns miteinander kennenlernen und weil das ist mir auch ganz wichtig dass ihr wisst wie ich so drauf bin und ja und so als vorbereitung quasi des videos was dann als 500 abonnenten special kommt würde ich euch bitten wenn ihr eine frage habt irgendeine smalltalk frage je nachdem wie auch immer haut sie in die kommentare unten drunter da ist ja die kommentar funktion und ja ich werde das dann so machen ich werde auch auf twitter einen aufruf machen und ich würde das dann so machen dass ich bin es dann tatsächlich soweit ist mit 500 abos ich immer noch nicht glauben kann das wäre jetzt sehr krass dann ist es tatsächlich soweit dass ich eure fragen dann vorlesen und ja sie dann im besten willen und gewissens und gewissens beantworte also sie hat euch nicht gefragt wo ich was auch immer ihr wollt wenn ich sie beantworten möchte und kann werde ich die beantworten und genau ja freunde das ist also jetzt quasi mein aufruf die chance mich etwas näher kennen zu lernen und ja ich freue mich auf rege beteiligung und ja ich würde mich jetzt für den moment erstmal wieder verabschieden wir sehen uns im nächsten let's play video und ja ich freue mich auf eure fragen und ja dann würde ich euch noch schönen abend oder schönen tag